Wo sind wir hier? Im Jahre 1868 hielt die Welt den Atem an. Extrablatt! Extrablatt! Was ist da los im Meer? Extrablatt! Man sprach von nichts anderem. Auf mysteriöse Art ist wieder ein Schiff verschwunden. Mysteriös. Bisher konnte nicht geklärt werden, warum. Gibt es ein Ungeheuer im Meer? Hey, jetzt haben wir's! Was? Na, was wir wollten! Hm, Abenteuer! Ja! Wir befinden uns in einem Schiff unter dem Meer. Der wirkliche Meermeister. Ist das Meer? Es wird uns Geduld, Beständigkeit, Demut. Es zeigt uns, wie klein wir inmitten der unermesslichen Natur sind. Wir werden das Geheimnis schon lüften. Wir, die besten ForscherInnen der Welt. Es wird euch der Blick in eine Welt voll untergewehrt werden.